Hallo zusammen, mich ist wieder heute La und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns hier in der Bastion erspielen können. Und dazu bin ich schon einmal hier in der Bastion angekommen. Wir haben ein Toy, das aus einer speziellen Kiste raus droppt. Und zwar schimpft sich dieses Toy beruhigende Vesperglocke. Und dieses kann aus verschiedenen Kisten rauskommen, die nur temporär da sind. Und zwar sind es im Großen und Ganzen zwei verschiedene. Eine Kiste schimpft sich zerbrochene Glocke und die andere Himmelsglocke. Also diese beiden gibt es. Da gibt es mehrere Spots, wo die sind. Und diese Kisten hinter mir ist zum Beispiel die Himmelsglocke. Die können wir einfach anklicken, looten und dann kriegen wir ein bisschen Anima. Und wenn wir Glück haben, halt so 5 bis 8 Prozent. So was in dem Rahmen. Dementsprechend hier die Vesperglocke. Das Ganze ist immer nur dann da, wenn die Berufungsquests hier ist, dass ihr quasi einfach so einen Balken auffüllen müsst. Heißt, dann gibt es einen Berufungsquest. Fülle einmal den Balken in der Bastion auf. Dann kann man Worldquests machen. Man kann Rares umhauen. Man kann auch Kisten aufmachen, die auch mit reinziehen. Und nur dementsprechend sind dann diese Glockenkisten da. Meistens sind dann ein Haufen andere Kisten noch da. Hier diese silbernen Schließkassetten, wie ihr hier gerade seht. Und es ist immer pro Tag eine von diesen Glockenkisten da. Bei mir ist es jetzt heute hier unten bei den Koordinaten 69, 66. Es gibt aber hier verschiedene Spots. Ich glaube, hier oben ist noch einer. Wo die jetzt alle genau sind, seht ihr eigentlich dann, wenn quasi Berufungsquest ist. Dann fahrt ihr einfach mal über alle Kisten drüber. Und dort, wo was mit Glocke steht, die könnt ihr aufmachen. Ich habe jetzt tatsächlich ein paar Monate gebraucht, bis ich das Toy gekriegt habe. Weil man halt immer die Problematik hat, dass diese Berufungsquest halt nur alle paar Wochen mal quasi stattfindet. Und nur dann hat man halt diese drei Tage Zeit. Auch wenn ihr die Berufungsquest übrigens schon abgeschlossen habt, könnt ihr die Kisten trotzdem noch aufmachen. Das ist halt einfach nur für die drei Tage. Gut, soweit haben wir das jetzt uns schon mal angeguckt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch das Toy an sich an. Lernen wir es einmal. Und dann müssten wir eine schöne Glocke aufstellen können. Jetzt suchen wir hier mal Vesper-Glocke. Da haben wir sie. Und zwar haben wir dann beruhigende Vesper-Glocke. Platziert eine beruhigende Vesper-Glocke am Zielort. Fünf Minuten Abklingzeit. Mal gucken, ob die auf fünf Minuten hält. So, also wir können die aufstellen. Und die sieht schon relativ ähnlich aus wie die Glocke, die wir gerade aufgemacht haben. Bloß einen Ticken kleiner. Und die können wir tatsächlich auch läuten. Also ich habe den Sound relativ leise. Wahrscheinlich hört man deswegen nicht so viel. Aber sie pulsiert auf jeden Fall ganz schön und leuchtet. Ja, hat was. Können wir auch mehrmals machen. Wie lange sie natürlich jetzt genau da stehen bleibt, weiß ich nicht. Ist aber auf jeden Fall recht nice anzugucken, das Ding. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze weitergeholfen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Toy-Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.